jetzt schon los ein Jesus Christus Maria im Hümer um abgärmlich es nimmt ein Raketenwerfen und ich nehme die Akas nur 50 wir haben das dort werden geschafft glaube ich damals mit einem Kumpel aber frage mich nicht wie er kann der Tanke explodieren wie unreal das ist die Call of Duty und Realismus die ja das Haus wiederum zucker es ging ja schnell Lerbe bei Lieferantraub der Akkassi wurde die Taliban-Power so und jetzt sind wir am Arsch da reingelaufen doch noch noch schneller aber auch so wie vorliegenden drücken guck mal was ich habe aber ich mag die BD AK-47 äh statt der Skyage ich hasse Skyage in dem Spiel ein Kürzel der Mission ist geschafft nachladen Ansatz 2 1 der Overlord 20 sind nicht mehr 17 ich glaube es funktioniert das Dauerfeuer wenn du genug Munition hast ich hab noch 800 Prozent wenn ich jetzt nachladen als habe ich noch 800 komm her 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 ja das ist sowas nennen es mal umnieten das nennen die Rambo Power dann ja wir haben wir haben da 2 2 2 2 2 3 L Ố Rätsch! Lübberl! Lübberl! Lebberl! Bleibbleb! Blebenbleb! Bleibbleb! Bleibbleb! 2 1 Ich gab nicht! Ich ver retraite! Ich verraute! 1 1 1! Goliath 1 hat feindliche Vatulion aus dem Aachen gesiegt ist! 1 1 1 1 1 1.... Wird mein überschuss? Oder war gar nichts? ja muss nachladen also irgendwie funktioniert das gut oder die Raketenwerfer sind für uns auch genügend da ich hab noch 500 hätten sie das Geschütz schießt noch Ah, das Geschütz das was wir vorhin, wofür wir vorhin fast 15 Minuten gebraucht haben, haben wir jetzt in 5 Minuten gemacht ich glaub das war mehr wie 5 Minuten was wir spielen schon nein, ich mein das da in der Runde mein ich jetzt ach so nachladen nachladen, zwei Feinde noch, ein Tander Heli noch einer ich höre Mann ok ich schaue, dass ich dich hier noch deck, soll ich mir auch hinnehmen? das war unschön das war unschön rein 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 Drohne Drohne ist Predator Drohne und menschliche Spieler ist gleich toter Spieler falls aufprall nix wo ist der Heli ist der Heli wofür Heli jawohl sehr schön Heli erledig 30 erfahrene Fäne eine WTR 80 mit Raketen bewaffnet Predator Drohne WTA-80 ist, ähm, ähm, ja, Feind-Truppentransport, oder? Na, das ist der Conway, der so tut 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 tut. Ich kann mir armen Raketenlauf niederschießen. Ah. Nachladen. Ja, schon so ein Teil ist das. Ich hab nur noch 200 Schuss. Ich spreche ein Nachlademagazin und ein Vollmagazin. Ja, das ist auch so, das ist ein Truppentransporter. Na, das ist einer, der schließt, aber keine Truppen transportiert. Die APT gehört? BAFIS-Geschütz. 3-3, uh, geliebt. Ich hab nur BAFIS-Geschütz. Komm, ja, Täter. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Vielen Dank. Das Geschütz haben wir sich gemacht, die Arsch. Nein, das, das Geschütz lebt noch. Ach so. Büsste, wüsste, büsste. Was? Nein, nein, nein. Meister, BTR hat den Visier, an der 2.1. Ja, wir haben ein Visier. Ja, wir haben ein Visier. Ja, wir haben einen Visier. Ja, ich hab nur noch ein Magazin. Ja, bei mir schon eine Kronommer, es ist besser aus. Ah, da ist noch eine... Skite? Oh. Ah, nein, da liegt noch eine... Skite? Ah, nein, da liegt meine... Skite? Oh. Ah nein, da liegt ein normaler Skite? Prozent und das ist die Projekte bei aber mir schafft es die Schütze es mir egal ob die Kugel dieses Fahrzeug nicht beschädigen so das Wort mit meiner Marke mit meinem Magazin für meine Mg ich weiß nicht, da vorher hat man recht viel dabei gebracht, oder? ja, das war ja praktisch es war praktisch, dass mit der Waffen ist es sowieso guck mir Mg in Tannen und du hast einen Typen, der die Gegend abfußt, mit Schüsse ich mag die Geschütze, die zwar nicht Treffen, nicht Treffen, nicht Treffen Treffen ist angesaunt Leg die wieder hin, leg die hin Geschütze, bitte sei so lieb sechs vier drei drei zwei zwei anernoh hola oder, was tun dann? ist egal so ich mache die vier jetzt fertig, sicher na ja, so ein bisschen hervor also, geh, geh, geh was machst du da, geh, weg geh, sofort da, hinten Ah, was ist denn eine Rakete? Geh da hinten, geh da rein, geh da rein. Ja, ich leg da grad da hin. Ne, ge, nicht! Wie ist das? Oh, das ist eine andere. Scheiße, das Magazin? Jawohl, jetzt nur mal die Helis. Oh, Gott, praise der Lord! Nein! So, ein Schuss Rack geben wir jetzt nicht, oder? Was, ihr habt doch gesagt, geh da rein. Du kannst so oder so nichts anwichten bei denen, oder nicht. Und wenn du stirbst und ich stirb auch, dann ist Arsch. Hab dich? Nicht! Komm dich doch! Sehr schön, hau da! So, was ist das andere? Du Scheiße! Das war extrem episch! Ja!